Hallo, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum 58. Podcast des Klinikums Fürth mit neuen Informationen für Sie. Mein Name ist Manfred Wagner, ich bin medizinischer Direktor und alle Informationen, die Sie jetzt hören, haben den Stand von Mittwoch, den 29. Juli um 16 Uhr. Ja, heute geht es um drei Themen. Einmal das Thema Corona-Pandemie, Reisen, Reiserückkehrer auch für Sie als Mitarbeiter. Dann das zweite Thema, wie geht es mit diesem Podcast weiter? Und als drittes Thema eine Erfolgsgeschichte, nämlich unser Umgang als Klinikum Fürth mit der Schließung der Schönklinik. Lassen Sie uns mit Corona beginnen. Weltweit breitet sich ja die Pandemie weiterhin rasant aus. Beunruhigend ist, dass in Europa und auch in Deutschland die Fallzahlen vorwiegend auch aufgrund von sehr unvernünftigen Verhalten einiger weniger wieder deutlich steigen. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass uns vorerst mal eine heftige zweite Welle erspart bleibt. Insofern bitte ich Sie auch alle innerhalb unserer Klinik weiterhin konsequent die Verhaltensregeln einzuhalten. Mal schauen, was da die nächsten Wochen für uns bringen. Nachdem ja nun in Bayern auch die Sommerferien gestartet sind und damit auch zu Corona-Zeiten die große Urlaubswelle beginnt, werden wir morgen auf unserem Instagram-Kanal die wichtigsten Informationen zu Urlaubsreisen unter Corona und für die Reiserückkehr für die Bevölkerung zusammenstellen. Falls Sie als Mitarbeiter über die Sommerferien eine Reise ins Ausland geplant haben, informieren Sie sich bitte vorab über die Webseite des Robert-Koch-Instituts über die aktuellen Reise- und Sicherheitswarnungen. In Europa sind nach heutigem Stand unter anderem die Länder Luxemburg, Algerien, Bosnien, Herzegowina, Weißrussland, Serbien, die Türkei und die Ukraine als Risikogebiete eingestuft. Inzwischen ja auch Teile von Spanien. Weltweit ist die Liste noch deutlich länger. Sollten Sie trotz Warnung in ein ausgewiesenes Risikogebiet fahren, melden Sie dies bitte vor Reiseantritt bei Ihrer Führungskraft. Wenn Sie dann wieder zurückkommen, müssen Sie ein negatives Abstrichergebnis vorlegen, um unter der Voraussetzung von entsprechenden Schutzmaßnahmen, FFP2-Maske, Handschuhe, Schutzkitzel in Patientennähe, wieder arbeiten zu dürfen. Außerdem müssen Sie für die weitere Arbeitsgenehmigung an den Tagen 3, 5, 9 und 14 nach Rückkehr zum erneuten Abstrich. Nach jedem Abstrich ist das Testergebnis beim Betriebsarzt vorzulegen, um weiterhin arbeiten zu dürfen. Und sollten Sie ein positives Abstrichergebnis erhalten, sind Sie nicht dienstfähig, müssen Sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Alle Informationen dazu nochmal ausführlich im Intranet und wie gesagt die allgemeinen Informationen morgen auch für alle über unsere Social-Media-Kanäle. Ja und apropos Urlaubszeit. Auch in der Klinikumsleitung und im Krisenstab gehen die einzelnen Mitglieder nun zeitversetzt in den Urlaub. Die Mühlen stehen aber auch über die Sommerferien nicht ganz still, sondern wir werden die Zeit nutzen und uns insbesondere auch auf die Corona-Situation für den Herbst vorbereiten. So werden sich einige Arbeitsgruppen mit dem Thema Teststrategien im Herbst bei gegebenenfalls noch hinzukommender Grippe, Noro oder anderen Infektionsfällen beschäftigen. Und auch die Belegung unseres Klinikums, die ja erwartungsgemäß im Herbst wieder zunimmt, ist und bleibt ein Dauerthema, das auch über die Sommerferien hinweg bearbeitet wird. Und wir werden Szenarien erstellen, wie wir für welche Fälle in welchen Eskalationsschritten da dann weitergehen werden. Wir hoffen aber auch, dass Sie eine wohlverdiente Auszeit starten und ein paar ruhige und entspannte Urlaubstage auf Sie warten. Ja und auch unseren Mitarbeiter-Podcast werden wir in den Urlaub schicken und im Sommerferien gönnen. Und Sie werden uns dann ab Mitte September wieder hören und ich möchte die Zeit auch nutzen, nochmal drüber nachzudenken, in welchem Format Sie uns ab Mitte September wieder hören. Weil ich denke, die Corona-Pandemie, die erste Welle ist vorbei und wir sollten uns auch überlegen, das Format entsprechend anzupassen, dass es für Sie interessant und hörbar bleibt. Und wir weiterhin das Ziel erreichen, Sie als Mitarbeiter sehr nah und unmittelbar mit Informationen aus der Klinikumsleitung zu versorgen, um verständlich zu machen, warum wir was tun und auch die Identifikation mit dem Klinikum darüber zu erhöhen. Die beiden Mitarbeiterinnen im Marketing-Team und ich, wir haben auch schon einige Ideen, wie wir es vielleicht ein bisschen verändern können. Lassen Sie sich da mal überraschen. Sollte es in der Zwischenzeit wichtige Infos geben, halten wir Sie zum einen über die Führungskräfte-Mails und natürlich über News-Meldungen im Intranet auf dem Laufenden. Ja und wie jedes Mal möchte ich auch diesmal mit einer positiven Geschichte schließen, nämlich aus meiner Sicht unsere Reaktion auf die Schließung der Schönklinik. Und da geht auch ein großer Dank, aber gleichzeitig auch ein Wunsch an Sie alle. Die Schönklinik hat ja letzte Woche relativ überraschend bekannt gegeben, dass sie zum 31.10.2020 ihren Standort schließt. Und viele von Ihnen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich an verschiedenen Aktionen beteiligt, um den Schönklinik-Mitarbeitern unsere Solidarität auszusprechen. Und andererseits auch unser Klinikum als einen möglichen und, wie ich finde, wirklich attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren. Hierzu gab es bereits gestern und wird es auch morgen noch in den Räumlichkeiten der Schönklinik eine Jobmesse geben, an dem sich ein Team aus unserem Klinikum ebenfalls beteiligt. Wir haben uns etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich eine Live-Schaltung, die wir per Handy aus dem OP, aus anderen Funktions- und Stationsbereichen aufgenommen und am Messestand eingespielt haben. Damit haben wir uns deutlich von den anderen Kliniken im Großraum und den anderen Ausstellern dort abgehoben und jede Menge interessanter Gespräche mit Schönklinik-Mitarbeitern führen können. Und es gab bereits die ersten Interessenten, die bei uns im Haus Hospitationen vereinbart haben und sich unter anderem dem OP und die Intensivstation angeschaut haben oder anschauen werden. Auf unserer Homepage haben wir auch die Möglichkeit einer Blitzbewerbung eingerichtet, wo sich Interessenten ganz niederschwellig an uns wenden können. Und morgen werden wir nochmal auf der Messe in der Schönklinik vertreten sein und das zweite Mal unser Klinikum präsentieren. Das Highlight der letzten Woche fand ich aber unsere Herzaktion. Über 300 Mitarbeiter haben sich relativ spontan Ende letzter Woche auf dem Hubschrauber Landeplatz getroffen und ein großes Herz geformt und zwei Botschaften an die Schönklinik-Mitarbeiter geschickt. Wir haben das Ganze ja per Drohne aufgenommen und haben einen immensen Nachhall in der lokalen Presse bekommen, aber vor allem auch über die sozialen Medien. Es ist wirklich unglaublich, aber wir haben über 160.000 einzelne Personen, die unsere Berichte darüber in den sozialen Medien wirklich aktiv angeschaut haben. Besonders gefreut hat uns aber, dass wir ganz viele persönliche Nachrichten und Danksagungen von Mitarbeitern der Schönklinik bekommen haben, die sich über unsere Worte und Gesten auch als Trostpflaster und Hoffnungsschimmer sehr, sehr gefreut haben. Und den Dank möchte ich einfach an der Stelle an Sie alle weitergeben, an alle, die mitgemacht haben und es unterstützt haben. Das zeichnet uns aus. Ich denke auch unsere familiäre Atmosphäre und dazu unser ganz herzlicher Dank aus der Klinikumsleitung. Ja, und damit wünsche ich Ihnen und uns allen eine wunderschöne, hoffentlich möglichst Corona-freie und vor allem erholsame Urlaubszeit. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und wir hören uns wieder Mitte September. Ihre Klinikumsleitung vom Klinikum Fürth. onen跳, былиachtet, restraciones bumpdad. dass Inter 예 aspir notable zum Beispiel aus. Has費 marquee drip안-dank.